Und ich sage Hallo und Willkommen zurück bei Walking Dead. Wir sind aus der Scheune bzw. aus dem Kühlraum gekommen und jetzt werden wir Katja und Doug retten. Andy, Danny, ist das du? Was ist da drin? Das ist ich. Oh Gott. Wollen wir nach deiner Lüge durchschauen. Komm hier! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich nicht! Nicht hier! Du musst nur nachher gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Lass mich gehen! Bitte, bitte nicht mehr Schritt! Lass mich jetzt! Du wirst nicht das machen! Geh mal und ich lass mich! Lass mich nicht! Stopp! Da oben ist bereits Smark, der sich verwandelt hat. Da oben ist Smark. Ich muss ihn zum Walker bringen. Das musst du auch nicht. Du hast keine Ahnung wer gerade hinter dir ist. Ich habe gesagt, keine Ahnung, du kannst ihn nicht. Oh mein Gott. Lass ihn gehen, Gott. Das wird nicht passieren. Andy, nicht. Ah! Andy. Wer die Leute denken, du bist? Schau mal was du gemacht hast. Du hast das selbst gebracht. Nein, nein. Du hast das gemacht. All wir wollten war ein bisschen Gas, um uns selbst sicher zu halten. Und er hat uns zum Äste eingeladen. Ah, na warte, ich kriege jetzt zurück. Ah. Entschuldigung! Ja, das steht noch einig. Das steht noch nicht Opening. Komm! Lilly, hilf! Ah! 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 Oh! Ah! Uh. Uh. Oh! Lee, that's enough! Er hat genug. Ist das alles du hast, Lee? Du bist nicht schlau. Es ist vorbei! Sie sind schlau. Sie sind schlau. Sie sind schlau. Sie sind schlau. Sie sind beide tot. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Du bist nicht schlau. Schlau. Geht zurück hier und schlau. Geht zurück hier und schlau mich wie ein Mensch, Lee. Sie sind schlau. Sie sind schlau. Sie sind schlau. Geht her! Da kommt schon Buen da rum, vom Berg runter gehumpelt, äh gehumpelt, ja, das war's mit der Farm, der Sanzon. Das hätten sie, das hätten sie sowas nicht machen müssen, sie hätten kein Menschenschleisch essen sollen. Hey Lee, I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah, they were. That is sick. God, just, ugh. Clementine, she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah, I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. I'm just not as young as I used to be. Hun, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah. I would imagine so. What do you think? I'm with you, Kenny. We'll do what has to be done. You're damn right. Listen, that RV back at the motor end is just about ready to roll. Oh, I want you to come with us. I mean it. Okay. Yeah. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? He's not a good one. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, Dad, what's that noise? Sounds like a car. Oh, God. Not more strangers. Mm-hmm. Hello? Geh einfach mal hier hin. Vorsichtig ranschleichen. Ich frage mich, wo genau der Besitzer dieses Wagens gerade hin ist. Ich gucke es. Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Duckie. Don't worry. What if it's not? What if it's not abandoned? What if it is someone's? We have to take this, Clementine. We need it to survive. Who says it's your decision to make? Hey, we don't have time for this shit. Like it or not, we need this food. Now get over here and open the trunk, Lee. Ah, Lily. It's locked. No shit. I already tried that. But I heard you take the keys from up front. What's happening with us? Supplies? I'll take it. Great. Maybe we'll survive this after all. Duck, why don't you carry this? Okay. More food in here. It's right, Lily. Got a box of food here. In these hard times, we have to think about ourselves. I'm ready. This hoodie looks to be about your size. Why don't you hold on to this? It might get cold. It's not mine. It's yours now. Yeah. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here. You can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not going to let me live that down, are you? Oh, Gott. Lee, du wirst du das sehen. Oh, Scheiße. Oh, Gott. Ich habe einen ganzen Tag mit dem Bartelt. Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. Y'all thinking you're safe? Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People who too... Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. I don't understand that with the Bandits. Next time, by the Walking Dead. We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faze as well. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get them out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? But we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, alright? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Der lange Weg. Episode 3. Mal gucken, sich hier in der zweiten Episode was getan hat. David das Bein abgeackt. Ja. Jodie unterschossen. Nein. Geholfen, Larry zu töten. Ja. Rache. Beide St. John-Brüder umgebracht. Ich habe nur einen umgebracht. Einer ist zum Walker geworden. Und dann schon habe ich Brenda umgebracht. Quasi, die hat... Ne, Quatsch. Sie hat sich auch in den Walker, in Mark, verbissen. Eher umgedreht. Mark hat sich in sie verbissen. Lebstmittel aus dem Wagen gestohlen. Natürlich habe ich das getan. Ja, und damit endet die zweite Episode von Hunger und Hilfe. Wie ihr sehen könnt, geht es auch in der nächsten Episode wieder rasant, beziehungsweise sehr spannend weiter. Ich habe das Wort heute schon benutzt. Wie das sei, bleibt mir gewogen. Und bis zur dritten Episode von The Walking Dead Season 1. Ciao. 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 Vielen Dank.